Hallo und willkommen zu der Breas-Tutorial-Serie. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man das beheizbare Schlauchsystem mit dem Vivo benutzt. Verbinden Sie den beheizbaren Schlauch mit dem Luftauslass des Beatmungsgerätes. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung nach oben zeigt und in den Anschluss oberhalb des Austritts passt. Ein Klicken ertönt, wenn die Verschlüsse an den Seiten korrekt einrasten. Die Schlauchheizung kann jetzt benutzt werden. Wenn die Schlauchheizung vorher noch nicht aktiv war, müssen Sie sie zuerst aktivieren. Um dies zu tun, stellen Sie das Gerät in Standby, indem Sie den An-Aus-Knopf drücken. Jetzt sehen Sie die verschiedenen Menüs unten auf dem Bildschirm. Der zweite Knopf von links sind die Einstellungen, hier können Sie die Heizstufen einstellen. Drücken Sie die Einstellungstaste dreimal. Drücken Sie den Pfeil nach unten, um die Schlauchheizung auszuwählen. Schalten Sie ihn ein, indem Sie den Pfeil nach rechts drücken. Jetzt werden die Heizstufen angezeigt. Drücken Sie nochmals den Pfeil nach unten und stellen Sie die richtige Stufe ein, mit den Pfeilen nach rechts und links. Die Schlauchheizung ist jetzt aktiviert, wie man am Symbol oben auf dem Bildschirm sieht. Nächstes Mal, wenn Sie das Gerät anschalten, startet es automatisch mit den letzten Einstellungen. Wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen. Für mehr Informationen und andere Videos, wie Sie das Vivo B-Level Beatmungsgerät benutzen, besuchen Sie unsere Webseite breas.com.de Vielen Dank fürs Zuschauen.